Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Ich habe mir nicht die ganze Wahrheit gesagt, warum ich Werner vor Gericht belastet habe Ich konnte nicht anders Barbara von Haldenberg und ihr Anwalt haben mich in der Hand Wie bitte? Als sie damals Werner in die Klapsmühle bringen wollte Habe ich geholfen, die Psychopharmaka zu verbrechen Weißt du was? Damit wollte ich Schlimmeres verhindern Dieses Weibherdienst hat es umgebracht Deshalb habe ich da mitgemacht, verstehst du das? Ob ich das verstehe, fragst du mich? Weißt du was, Werner davon? Ja Dann verstehe ich seine Wut auf dich Er will mich anzeigen Zu Recht Das war wieder mal klar Du spielst dich hier als Moralapostel auf Aber was dein Vater wirklich will, interessiert niemanden Jetzt hältst du aber mal die Luft an, ja? Ja Gott, ich bin noch so doof, so naiv Ich lobe dich noch in den höchsten Tönen, dass du ehrlich bist, vor Gericht die Wahrheit sagst Ich stelle Werner zur Rede, warum er dich feuert und was er frage ich Du, du machst gemeinsame Sache mit einer Mörderin Gegen deinen Bruder, mein Gott Aber dass ich ihn dadurch das Leben gerettet habe Das zählt wohl nicht Und dafür soll ich jetzt Jahre in den Knast Ist das vielleicht gerecht? Ich hab... Ich hab wirklich gedacht, du hast dich geändert Ich hab gedacht, du hast was verstanden Nee, nee, nee Diesmal bist du echt zu weit gegangen Viel zu weit Den beiden Bruder vergiften, das ist so derart Krank Hallo Simon Willst du zu mir? Nein, ich würde gern mit deinem Vater sprechen Wenn es geht, unter vier Augen Ja Ja Klar Ich wollte sowieso grad gehen Mir wird ja drüben ganz schlecht Du hast es ihm gesagt Hat dich ja eine Wahl Ja? Ah, Lukas Perfektes Timing Ich hab gerade die beste Route für unseren Trip ins Riesengebirge gefunden Das wird eine ganz schöne Kurverei Wann genau wollen wir nochmal los? Ich komm nicht mit Nein Ich hab zu viel zu tun Du fährst mit Sandra allein Schade Zu dritt wird das viel mehr Spaß machen Hauptsache, sie kommt wohlbehaltend zurück Keine Sorge Ich werd sie hüten wie meinen Augapfel Nach der Transplantation musst du noch aufpassen Also keine Beanstrengung, klar? Ich werd mich um sie kümmern Ich will doch auch nicht, dass deiner Süßen irgendwas passiert Ich weiß, dass dir Sandra gefällt Aber sie ist mit mir zusammen Vergiss das ja nicht Dem Freund die Freundin ausspannen Ja, wo gibt's denn sowas? Auch wenn es Werner nicht gefällt Ich werde dich nicht anzeigen Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll Du bist die einzige in der Familie, die noch zu mir hält Das werd ich dir nie vergessen Werner würde mich am liebsten ans Messer liefern Dabei hab ich mich doch nur mit der Heidenberg verbündet Um ihn vor dem sicheren Tod zu bewahren Mhm, aus reiner Nächstenliebe also Und die Million, die sie dir geboten Die hättest du am liebsten den Armen in Afrika gespendet Hör auf, das Opferlamm zu spielen Wir alle wissen, du tust nichts, wenn es nicht zu deinem eigenen Nutzen ist Ich kann verstehen, dass du dich nicht selbst beschuldigst Aber dann musst du dir auch darüber im Klaren sein Dass die Heidenberg vielleicht freikommt Weil du nicht gegen sie auspackst Du bist nämlich der einzige Zeuge dafür Dass sie Werner in den Wahnsinn treiben und mich erschießen wollten Ich will doch auch, dass dieses Biest verurteilt wird Ach Okay Selbst wenn ich aussage Meist du, die kaufen mir das ab vor Gericht? Ich bin der Bruder von Werner Die würden doch alle glauben Ich würde das nur sagen, um ihn zu retten Mhm, das hat man bei deiner letzten Aussage gemerkt Okay Wenn ich die Wahrheit sage Auch das, dass mich ihr Anwalt gestern zu der Aussage erpresst hat Vielleicht glauben sie mir, ja? Aber Ich bin zu alt Um die paar Jahre, die ich noch habe, im Knast zu verbringen Ich kann mich nicht anzeigen Das darfst du nicht von mir verlangen Das werde ich nicht Vor zehn Minuten habe ich hier angerufen Jemand soll meinen Koffer runterholen Aber kein Schwein kommt Ist das hier ein Fünf-Sterne-Haus oder was? Tut mir leid, das wird natürlich nicht mehr vorkommen, Herr Oktuar Peter? Ja? Bitteschön In meinen Mietwagen damit Der steht vorm Haupteingang Darf ich? Ach, danke schön Keine Ursache Wenigstens Sie lassen mich nicht im Stich Ich dachte schon, ich müsste allein ins Riesengebirge fahren Dann wissen Sie es also schon Ja Lukas kommt nicht mit Aber nicht nur das Wieso, was denn noch? Er hat mich sehr drastisch gewarnt Ich soll die Finger von Ihnen lassen Ja Ich soll es nicht wagen, Sie anzurühren Sonst müsste ich mich warm anziehen Ich wusste gar nicht, dass der so ein Schlägertyp ist Ist der gar nicht? Vielleicht haben Sie Lukas einfach nur falsch verstanden Das glaube ich nicht Denn ich kenne ihn schon ziemlich lange Aber bevor hier noch ein weiteres Missverständnis passiert Ist es vielleicht besser, Sie bleiben auch hier? Nein, auf gar keinen Fall Dafür ist mir das Projekt viel zu wichtig Soll Lukas ruhig hier walten Wir beide fahren jetzt ins Riesengebirge Und schauen uns das Kloster an Ach, mein Koffer Ich mach das schon Ich mach das Dankeschön Ich mach das Problem Ich mach das